Ich gebe dir genau hier einen Hack an die Hand, womit du in unter 5 Minuten richtig gutes Geld verdienen kannst. Verschwende keine weitere Zeit, schneide dich an und los geht's! Hallo und recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder zu einem brandneuen Video. Ich werde euch eine Methode vorstellen, die ihr wahrscheinlich so noch nie irgendwo gesehen habt. Ich werde euch zeigen, Schritt für Schritt, was ihr genau machen müsst, damit ihr in wenigen Minuten online Geld verdienen könnt. Das Ganze ist so einfach, wirklich beginnerfreundlich, dass es wirklich jeder kann. Wie genau das Ganze funktionieren soll und wie ihr es schaffen könnt, solche Ergebnisse zu erzielen, werde ich euch jetzt in diesem Video verraten. Und jetzt habe ich genug gelabert. Wir jumpen jetzt mal direkt zu meinem Laptop. Ja, ich weiß, wir sind wieder auf JetGBT, aber den Weg, was ich dir jetzt zeigen werde, würde ich definitiv verblüffen und ist absoluter Oberhammer. Je nachdem, was ihr machen wollt, Motivationssprüche, Zitate und so weiter und so fort. Für dieses Beispiel mache ich jetzt folgendes. Mache mir 15 Instagram-Posts mit Motivationssprüchen auf Deutsch. Drückt dann auf Enter. Und so liebe ich das. JetGBT haut mir in 0,15 hochmotivierende Sprüche raus. Die kopiere ich mir jetzt hier einfach mal. Und im nächsten Step geht ihr auf Google und dort suchen wir nach folgendem. Nach Google-Tabellen. Und dann wählt ihr das hier aus. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit Excel machen, wenn ihr das habt. Wenn nicht, dann ist das der einfachste Weg. Das ist nämlich Excel, aber von Google. Und was wir dann machen müssen, geht hier oben links auf das A-Klick da drauf, bis es so dunkel wird. Rechte Maustaste einfügen. Dann auf Einsetzen. Und zack, die ganzen Zitate von JetGBT sind jetzt hier eingefügt. Dann müssen wir im nächsten Schritt Datei herunterladen oder exportieren, je nachdem, was bei euch dran steht. Und dann müsst ihr schauen, dass ihr das Ganze als CSV-Datei runterladet. Da drückt ihr dann drauf. Und dann ist die CSV-Datei hinterlegt. So, und im nächsten Step gehen wir auf die Seite Canva. Das ist eine Seite, bei der könnt ihr kostenlose Designs erstellen. Und entweder müsst ihr hier auf Social Media draufklicken. Oder ihr habt sie unten schon stehen. Da steht dann Instagram-Posts. Und dann klickt ihr da drauf. Dann habt ihr das passende Instagram-Format einmal. Und hier links könnt ihr euch verschiedenste Designs raussuchen. Ihr könnt hier auch irgendwas eingeben, was zu eurem Thema passt. Ich will jetzt irgendwas aus. Dazu klicke ich hier einfach mal drauf. Und dann müsst ihr hier links auf Apps draufklicken. Und dann scrollt ihr ein bisschen hoch. Da, wo hier draufsteht, mehrere Dateien. Da drückt ihr drauf. Dann wählt ihr CSV-Datei hochladen. Wählt die Datei aus, die wir vorhin bei Google-Tabellen ausgespuckt haben. Ladet die hoch. Dann wählt ihr den Text, den ihr eigentlich bearbeiten wollt. Bis hier oben das hier erscheint. Dann drückt ihr hier auf drei Punkte drauf. Datei verbinden. Und das ist unsere CSV-Datei. Da drückt ihr drauf. Dann erscheint hier unten das Ganze blau. Drückt auf Weiter. Nochmal Weiter Seiten erstellen. Dann drückt ihr hier auf Seiten erstellen. Und jetzt haben wir 0, nix. Einfach mal 15 Posts erstellt. Das hat nicht länger als zwei Minuten gedauert. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie wir das Ganze zu Geld machen können. Und wo wir das Ganze zu Geld machen können. Super einfach. Und zwar gehen wir hier auf meine Lieblingsseite, Fiverr. Hier gebt ihr einfach ein Instagram-Post-Zitate. Ihr könnt auch Motivationssprüche eingeben. Oder, oder, oder. Und wie ihr hier sehen könnt, gibt es hier einen Haufen an Angebote. Und wir können uns genau selber so einen Post erstellen. Wenn ich mir jetzt hier mal einen raussuche, könnt ihr sehen, dass ihr für vier Beiträge knappe 20 Euro verlangen könnt. Bei Standard 10 Beiträge für fast 40 Euro. Und bei Premium bekommt ihr schon für das Monatspaket über 100 Euro. Das ist wahnsinnig einfach und für jeden machbar. Gerade mit diesem Hack. Wie gesagt, das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, ist euch einen Fiverr-Account zu erstellen. Und dort ein oder mehrere Gigs zu platzieren, wo ihr solche Sachen einfach anbietet. Und so lässt sich ganz easy von zu Hause aus vom Laptop online Geld verdienen. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal und vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch keine weiteren Videos verpasst. Und bis dahin wünscht ihr alles Gute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai.